Die Region hält weiterhin die Luft an, nachdem seit Mittwochabend eine weitere Person vermisst wird. Bei der vermissten Person handelt es sich erneut um eine junge Frau, die durch einen Vorwand zu einem Treffen mit einem ominösen E-Mail-Kontakt gelockt wurde, der sich selbst der Baron nennt. Die Kriminalpolizei bestätigte auf Anfrage, dass dieser Fall in Zusammenhang mit den vermissten Fällen der letzten Wochen steht. Hierzu wurde eine Spezialkommission mit dem Namen Baron eingerichtet. Wer ist der Baron? Wo sind die vermissten Frauen? Was ist mit ihnen passiert? Viele Fragen und die Suche nach der heißen Spur. Wenden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen an die örtliche Polizei. Wenden Sie sich mit dem Steig! Escape Room Rosenheim